oh Gott nein kacke man alter oh mein Gott hatte deine range der hat uns voll weggekommen hier sind roter hier sind mehrere rote oh Gott scheiße ok oh scheiße das könnte jetzt etwas länger dauern oh oh unser Teampartner wurde zerstört wir haben aber sein Bett äh deren Bett ich hänge hier fest warum oh nein wir haben auf jeden Fall jetzt in die Mitte das ist cool ui kleiner Leck der hinten bleibt da ich will eine Ladung Gold jetzt noch abwarten so warte mal komm noch ein Hit oder nein noch einer ah schade schade der wäre so gut der wäre so der wäre tot zwei Gold haben wir jetzt hm wir haben auf jeden Fall die Mitte das heißt wir sind hier gut dabei da können wir aber gar nicht hin weil die da beide stehen warte mal jetzt haben wir fünf Gold der da steht auch mal im Bogen die wollen hier alle in die Mitte rein aber solange sie nicht kommen können wir easy nein 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 scheiße kacke man wir hätten die Mitte halten sollen aber jetzt haben wir es hier wenigstens zugemacht ok dann warten wir nochmal ein ein Eisen ab und dann können wir wieder los also welches Team ist jetzt die größte Gefahr ich finde ich finde echt rot ist die große Gefahr hier rot müssen wir irgendwie ankommen ist hier noch was drin oh ja ganz viel sogar das ist cool das ist cool Leute da können wir uns ein gutes Schwert machen eine gute Brust das hier und da machen wir uns noch einen Bogen da haben wir eigentlich wir haben eigentlich jetzt wieder alles dabei das heißt wir brauchen jetzt nur noch Essen und ein bisschen Rüstung so warte hier 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 nimm das alles genau Blöcke und dann haben wir wieder alles ok ok da ist unser Grüner der baut hier den Weg zu ich helfe dir mal anscheinend wollen wir es hier sicher haben kann ich verstehen deswegen machen wir ich mach das im Grunde genommen auch immer ups schreibt da irgendwas oh ups bin grad voll scheiß am bauen aber jetzt haben wir hier einen sicheren Übergang können zumindest nicht von Pfeilen runtergekickt werden getroffen werden können wir noch ok warte mal hier einmal durchbauen ähm wir sollten die lieber mit mit äh einem Bogen abschießen boah die haben gute Sachen ah kacke ah mh die rennen jetzt zu unserer Basin und das war gelb jetzt ist gelb der Hardcore Feind hier oh Gott oh Gott oh Gott ok wir haben wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Eisen kann ich auch aber nicht gut was ach so eine Bowbase machen braucht man nicht Leute Leute wir kämpfen einfach ähm ein Schwert ach so wir sollten uns natürlich auch ein besseres Schwert noch machen das andere Schwert können wir dann Teammate noch geben hier bitte sehr ähm äh so so und dann noch ein Buspanzer nehmen wir uns den hier hier wir nehmen jetzt einfach gute Sachen irgendwie müssen wir daran kommen was kann man aus Gold machen wir können hier ach mh warte ich hole mir eben Bogen in der Zeit ist da schon hier was wieder gespawnt boah sogar richtig viel ich glaube ich weiß jetzt auch warum die so gute Items haben hier oben kann man auch ziemlich viel farmen und wenn man dann noch die Mitte hat dann ist richtig richtig Ausrastmodus würde ich sagen äh so ich wollte genau das gleiche gerade sagen genau das gleiche ähm so dann das hier einmal rein einmal essen irgendwie müssen wir an den Gegnern vorbeikommen die Belagerung in der Mitte ist echt nicht schön so er holt Gold zurück okay okay unser wurde von einem gelben getötet ähm so anscheinend ist hier gerade niemand okay dann wollen wir das auch eben zu da sind beide ich glaube nicht dass wir da so einfach vorbeikommen besonders wenn er jetzt da hinschießt dann mal eben gucken ob ich hier hin ist da was wir versuchen es jetzt einfach mal scheiße scheiße hätte er uns nicht gesehen würde das würde das klappen aber vielleicht können wir warte mal wir probieren jetzt was aus wir probieren jetzt einfach mal was wir werden jetzt hier rum gehen dann in seine Base rennen natürlich alles mit Sneaken okay das war natürlich ein bisschen doof so ich hoffe wir kommen da durch sieht er uns nein hier scheint auch keiner zu sein oh Gott oh Gott ganz viele Sachen aber wir sollen wirklich erst mal das erst mal das Bett holen okay da haben wir es yeah und unser Teampartner ist gestorben ich hoffe die halten das da hinten aus aber ich glaube der ist an ähm warte mal bestes Schwert beste Rüstung haben wir schon ne ja Level 3 gut dann müssen wir wieder zurück oh yeah okay jetzt ist nur noch gelb dran einer von gelb ist gestorben ich glaube der Typ da hinten ist gelb okay oh da trinkt er einen Heiltrank entweder einen Heiltrank oder einen Stärketrank oh yeah also ich glaube der hat wenig Leben scheiße nein das ist oh diese Kackfalle nein ich hasse Fallen so sehr oh man aber wisst ihr was wir jetzt machen Leute wir rennen jetzt um den anderen Basen oder Bases je nachdem ja kann man im Grunde genommen wieder schlecht verdoppeln ist ja wieder ein englisches Wort ey oh oh einer von unserem Team wurde getötet oh Gott nein ah scheiße okay nächstes Mal nächstes Mal nehme ich Blöcke mit also da äh da könnt ihr schon irgendwie da könnt ihr euch drauf verlassen das war echt dumm ich wollte eigentlich zu den beiden verlassenen Basen und da irgendwie irgendwelche Items sammeln oh unsichtbarer Mensch okay unsichtbarer Mensch oh Gott ey warte mal hier okay das brauchen wir gar nicht alles aber wir können uns ein paar Items machen ähm ja wir können schon mal eine Spitzhacke machen so und dann holen wir mal eben von rechts und links irgendwie Items beziehungsweise Eisen und Gold das wäre echt grasomatico jetzt schon lange niemand mehr äh niemand mehr was abgeholt cool jetzt einmal hier hin rennen okay kommen wir so hoch oh man alter diese Lücke ne Hilfe müssen nur gucken dass wir nicht abgeschossen werden weil da hinten guckt uns schon einer an ich hab da schon die Pfeile fliegen sehen so genau so ich glaub da denkt nämlich niemand dran achso wir machen uns eben essen die da hinten haben eine coole Basis mit ganz vielen Pfeilen deswegen müssen wir gucken dass wir das irgendwie irgendwie schaffen daran vorbeizukommen so ab in die Mitte obwohl wir sollten uns erstmal erstmal gute Sachen machen ähm ein Bogen machen uns den hier dann machen wir uns das Schwert hier dann machen wir uns noch äh die beste Spitzhocke okay so okay okay ah scheiße okay was ist das Level 2 Level 3 okay Bogen Pfeile stimmt hab ich gar nicht dran gedacht irgendwie so also ich würde sagen das ist aber schon mal jetzt ein gutes Paket gutes Starter Paket okay 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 warte dann holen wir uns nochmal oben das Gold und Eisen ab und dann gehen wir unseren Team jetzt ah das alles nachher ey guckt euch das an wie viel ihr mal spawnt man ey werden hier jetzt mal Goldäpfel auf der Map bei Dust MC kann man sich ja Goldäpfel holen wir sind nur zu zweit oh Gott okay warum sind wir nur zu zweit wisst ihr was ich ignoriere jetzt einfach mal und renne einfach mal zur Base von denen weil hier irgendwie niemand ist alter Leute hier ist niemand ich hoffe mein T-Pana schafft das ich will nur das Bett hier von denen okay oh scheiße das könnte jetzt etwas länger dauern oh oh unser Teampartner wurde zerstört wir haben aber sein Bett äh deren Bett ich hänge hier fest warum oh nein okay komm schon komm schon bitte verliere nicht das Bett ich komme schnell zurück okay hier wäre wieder eine Falle fragt sich natürlich wie lange oh Gott komm schon Leute wir müssen zurück wir müssen einfach zurück nein okay sie haben unser Bett ich hole mir einen Stärketrank ich brauche irgendwas ich brauche irgendwas oh oh ich bin der Letzte der überlebt oder der lebt oh Gott oh Gott okay Stärketrank Stärketrank so ähm Heilung so Speed so okay Speed okay Stärketrank auswählen ähm da okay warte haben wir eigentlich den besten Bogen bin wir noch nicht ja alter davon können wir uns auf jeden Fall den machen äh wir hätten den Stärketrank essen sollen aber äh ja er ist weg er ist weg okay Heilung okay Leute den besten Bogen okay Leute es geht los es geht los wir können uns aber noch äh ein paar hier machen und ein paar Speedtränke achso essen sollten wir trotzdem noch hierhin hauen okay wo ist der letzte Leute bitte oh komm wo ist du natürlich oder was bist du okay einfach jetzt jetzt auch dann ja ich nicht nicht ich 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 aber ich wenn ich ich alles klar ok und haben wir ihn getötet ja gg der hatte super wenig leben irgendwie in den dreck getötet keine ahnung irgendwie waren wir die enderperle von dem gebracht keine ahnung irgendwie war die enderperle von dem verpackt und der ist glaube ich nach unten gefallen oder sollte super wenig leben na gut holy shit 27 minuten eine runde alter schwede na gut ich werde hier auf hundertprozentig zweiteilen wenn ich mal gucken wie viel ich davon ob ich davon was karten werde oder nicht ich bin auf jeden fall währenddessen in urlaub denn ich bin über die karnevalstage am skifahren so nach 27 minuten ist das so schwer zu reden oder beziehungsweise vernünftige sätze hinzubekommen das ist einfach unglaublich na gut wir sehen so beim nächsten mal ich werde falls ihr das noch nicht wisst ich werde wahrscheinlich kommentare und so beantworten können da wir da wlan haben und so und ich auch mein handy mitnehmen wahrscheinlich nehme ich auch mein laptop mit je nachdem keine ahnung ich meine beim skifahren ist es ja so dass man abends überhaupt nichts tun kann deswegen naja gut wenn das video bewerten würdet und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder also ciao